Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More. Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession. René hat das Thema schon parat. Wir machen jetzt hier keine lange Anleitung. Wir hoffen auf jeden Fall, wir wünschen euch schon mal einen guten Start ins Wochenende. Wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit dieser heutigen Folge. Und René, du darfst direkt losstarten mit dem heutigen Thema. Ich habe einfach nur Hunger. Ich will endlich frühstücken. Ich habe heute auch noch nichts gegessen. Ich habe noch gar nichts gemacht. Jetzt stell dich nicht so an. Wir müssen hier ein paar Podcast-Folgen mal vorbereiten. Das nächste Thema ist jetzt so ein bisschen, ich verfolge die gesamte, ich hole ein bisschen aus, ich verfolge die gesamte Influencer-Szene allgemein so ein bisschen. Und einem fällt immer mal wieder so ein bisschen auf, so Zeit für Zeit kommen halt unangenehme Themen auf. Und aktuell ist halt so, dieses Riesenthema da, gegen eine Influencerin wird geschossen, weil sie narzisstische Züge hat und tralala, hast du nicht gesehen. Und dann kommen immer mehr Influencer und schießen darauf los. Sei mal dahingestellt, ob die ganzen Vorwürfe, ich möchte auch keine Namen nennen, ihr kennt das Thema, ihr braucht nur 10 Sekunden auf TikTok schnüfen, dann findet ihr das. Es geht mir darum, wie die Leute in den gesamten Kommentaren reagieren und wie die ganzen YouTuber und Influencer damit überhaupt umgehen. Weißt du, worum es so ein bisschen geht, allgemein? Du hast mir das Thema genannt, das weiß ich. Und du weißt, ich bin ja auch auf TikTok und sowas ein bisschen unterwegs. Aber ich habe nur eins oder zwei Reels gesehen, wo ich aber den Zusammenhang überhaupt nicht verstanden habe. Und da habe ich mir auch mal aus Scheiß die Kommentare da durchgelesen. So, hey, was hat die gemacht und sowas. Also ich bin da überhaupt nicht drin. Deswegen wäre es cool, wenn du da vielleicht auch mal nochmal so ein, zwei Sätze so dazusagen könntest. Weil ich bin nicht in diesem Thema drin. Ich habe auch komischerweise nicht wirklich viel darüber mitbekommen. Bis auf, wie gesagt, ein, zwei Instagram- oder TikTok-Reels, wo sich dann manche Leute darüber ausgekotzt haben, so in der Art. Okay, ja, mir fällt das gerade ein bisschen schwer, das zu formulieren, ohne irgendwelche Namen zu nennen. Kriegen wir aber hin, gib mir eine Sekunde. Also Influencerin A oder Influencer A, Influencer S, Influencer, keine Ahnung, dieses Influencer-Wesen, wir gendern das ja ordentlich, dieses Influencer-Wesen bekommt Anschuldigungen darüber über emotionalen Missbrauch, Ausnutzung, narzisstisches Verhalten und so weiter. Narzisstisches Verhalten beruht so ein bisschen darauf, anderen Ausnutzen emotional tief zu halten und tralala und hast du nicht gesehen, ja. Eine Influencerin ist hingegangen und hat das Thema angefangen zu leaken, weil eine Donation reinkam über 2,50 Euro oder was auch immer. Hat gefragt, was ist denn mit der und der Person? Und dann wurde das Ganze halt ins Rollen getreten und die hat halt ausgepackt über wohl emotionale Missbrauchstände und tralala und hast du nicht gesehen und hat diese Influencerin auch beschuldigt. Und auf diesen Zug sind dann, sage ich mal, mehrere aufgesprungen oder sagen wir mal, es haben sich mehrere Opfer gemeldet, ich möchte das gar nicht werten. Jetzt an der Stelle, so ohne Beweise halte ich mich aus der gesamten Sache raus und sage nicht, das sind Opfer, das sind Täter, tralala, interessiert mich alles nicht, ja. So, nur was mir wichtig ist, wie dieses Thema angegangen wird. So, haben wir zum einen einmal die Situation, diese Influencerin ist eine Narzisstin, ist eine Narzisst oder ist eine narzisstische Person, ein narzisstisches Wesen. So, dann ist das so. Nur dann ist es halt auch so, dann leidet diese Person auch an einer Krankheit, an einer Störung, tralala, ob angeboren, nicht angeboren, ob entwickelt. Sei mal dahingestellt. Sie nimmt das Umfeld allerdings ganz anders wahr, ist vielleicht nicht in der Lage, sich emotional in andere Menschen hineinzuversetzen. Bestes Beispiel dahinter bin ich zum größten Teil auch nicht, weil ich es nicht gelernt habe, ich übe mich da drin. Und dadurch können dann halt zum Beispiel Missverständnisse entstehen oder dadurch behandelt diese narzisstische Person die anderen Menschen einfach schlecht herabwürdigend oder tralala. So bekommt es aber aus der eigenen Wahrnehmung vielleicht gar nicht wirklich mit. Es ist ja auch ein narzisstisches Krankheitsbild, ebenso wie der soziopathische Zyklus ist auch ja ein Krankheitsbild. Oder Psychopathie, auch ein Krankheitsbild dahinter, ja. Diese Menschen können zum einen halt auch nichts dafür. Und mir geht es darum, es haben sich dann jetzt an die 15, 20 Leute gemeldet, Influencer, die gegen dieses narzisstische Wezen dann auch alle samt schießen und quasi auspacken, ja. Und dann habe ich mir die ganzen Kommentare dazu gelesen. Mensch, es ist halt immer so ein bisschen neugierig, zum Beispiel eine meiner größten Schwächen. Ich finde das manchmal interessant, sowas halt dann auch zu verfolgen, so, ja. Einfach so, es kann auch mal sein, dass es so Influencer-Krach unter Tradern gibt. Und ich sage euch eins, 70% der ganzen Influencer haben alle so sehr starke narzisstische, soziopathische, psychopathische Wesenszüge ein bisschen, ja. Einfach, weil sie entweder ihre Emotionen kontrollieren können, tralala, weil dieses Menschenstyp auch so ein bisschen dahin strebt nach Aufmerksamkeit. Ich möchte so ein bisschen größer werden als die anderen und tralala. Und Trading sowieso emotionales Game von A bis Z, psychologisches Game. Dafür müsst ihr verdammt gut sein, emotional und psychologisch, ja. Das ist die schwerste Komponente im Trading. Da sind auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, die psychopathische Züge haben. Ich möchte an der Stelle auch niemandem wirklich irgendwas unterstellen oder so. Man kann da ja auch nochmal unterscheiden unter hochfunktionell. Okay, er weiß, was er tut. Er weiß, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht und was er damit anrichten kann. Und der eine, der sich halt einfach nicht anpasst, der Narzisst. Okay, er hackt auf anderen rum, klaut einfach tralala und geht dann ins Gefängnis oder so. Für mich ist jetzt aber wichtig, es schießen so viele Leute gegen eine einzige Person. Und wenn man sich dann die Kommentare darunter durchliest, was für Hasskommentare da sind. So, es ist egal, was vorgefallen ist. Wenn so eine Medienhasswelle auf dich einprasselt über so viele Influencer und was die ganzen Kommentare darunter bewirken. So, wenn du dann Morddrohungen darunter liest und so weiter. Das ist dann zu einem gewissen Grad auch nicht mehr okay. Klar, ihr sympathisiert dann mit der einen Seite ein bisschen mehr als mit der anderen Seite. Aber passt so ein bisschen auf, was ihr kommentiert und was für einen Schaden ihr anrichtet. Denn nur jetzt mal angenommen, die Situation ist nicht so. Und die ganzen Influencer sind einfach so ein bisschen kacke. Das Influencer-Game im Background ist meistens hinterhältig. Die schießen alle gegen einen. Der Nächste steigt auf. Wir wollen Klicks. Wir machen auch ein Video dazu. Bestes Beispiel jetzt gerade unser Podcast. Wir thematisieren es auch. Natürlich zum einen für Klicks. Zum anderen möchte ich euch so ein bisschen mitteilen. Passt auf, was ihr kommentiert. Denn stellt euch mal vor, diese ganzen Vorwürfe sind am Ende gar nicht wahr. Diese Person ist meinetwegen auch narzisstisch krank oder so. Aber stellt euch vor, diese Person begeht am Ende des Tages Selbstmord aufgrund der ganzen Kommentare. Wisst ihr, was ihr dann angerichtet habt? Dass sich ein Mensch das Leben nimmt aufgrund von Kommentaren. Ich weiß nicht, ob es bereits einmal in der Influencer-Szene vorgekommen ist. Aber Gott bewahre, dass es passiert oder dass es nochmal passiert. Das ist einfach nicht schön. Egal, was vorgefallen ist. Von daher, wenn sich dann die anderen Influencer hinsetzen, wirklich grinsen vor der Kamera, den Namen der Person sagen. Ich will nicht, dass Influencer Morddrohungen von euch bekommen. Aber so ein breites Grinsen in der Fresse hat bis zum Geht nicht mehr. Dann denke ich mir, Leute, das kann es nicht sein. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Respekt anderen Menschen gegenüber. Wenn ihr so ein Thema aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit anspricht, ich finde es wichtig, wenn narzisstischer psychischer Missbrauch in der Gesellschaft auch offen thematisiert wird. Versteht mich da nicht falsch. Ich möchte nicht mit Täter, Opfer, tralala, narzisstischen Persönlichkeiten sympathisieren oder so. Aber es geht darum, ey, dann schaltet vielleicht einfach die Kommentare unter sowas einfach aus, damit diese Kommentare nicht entstehen. Dann dämmt man diese Hasswelle dahinter vielleicht auch ein wenig ein. Klar ist es wichtig, andere Menschen dann vor sowas zu warnen, dass sowas passieren kann und tralala und hast du nicht gesehen. Passt so ein bisschen auf bei sowas, was ihr schreibt. Denn wenn ich in meinen Kommentaren Morddrohungen oder so lesen würde, wie würdest du dich fühlen, wenn du sowas bekommst? Oder Hassnachrichten? Hast du sowas schon erlebt in deiner Größe? Hast du es nicht erlebt? Hassnachrichten, ja. XRP-Thema? Auch, aber auch mal privat. Dann wurden plötzlich die Accounts gelöscht und sowas. Also es kommt auch schon, sag ich mal, bei unserer YouTube-Größe vor, dass da auch mal Hassnachrichten kommen und sowas. Lustigerweise hat mich das vor, ich glaube, ein paar Wochen auch jemand gefragt, so, ja, für ihn wäre das nichts auf YouTube oder generell so Öffentlichkeit zu stehen. Einerseits natürlich wegen Hassnachrichten oder Fake News und sowas. Habe ich gesagt, ja, am Anfang habe ich auch meine Probleme damit gehabt. Mittlerweile kann ich es relativ gut abschotten, beziehungsweise weiß ich es auch in Grenzen hält. Ich sage jetzt mal so, da kommt jetzt nicht tagtäglich was. Aber es ist halt auch so ein Ding, was du, wenn du den Step in die Öffentlichkeit machst, ob es jetzt YouTube ist, ob Instagram, ob TikTok, ist es heutzutage einfach gang und gäbe. Und es wird immer, immer mehr, weil im Internet sich jeder in Anführungszeichen anonym anmelden kann, seine Hasskommentare einfach überall posten kann. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, sei jetzt einfach mal dahingestellt mit irgendwelchen Aussagen halt. Aber das ist halt irgendwie auch den Preis, den du ein bisschen mit deiner Öffentlichkeit so ein bisschen zahlst. Und so ehrlich muss man dann auch sein, auch wenn natürlich die Leute, die diese Kommentare schreiben, unter aller Sau sind, weil man nie weiß, ob das dann auch wirklich stimmt. Beispiel, du, ähm, kennst du Rapper Samra? Nee. Hatte damals Vergewaltigungsvorwürfe bekommen, glaube ich, von einer anderen Influencerin. Hat sich dann als Fake rausgestellt. Äh, und du weißt, wie das ja normalerweise ist, wenn man als Frau jemanden der Vergewaltigung beschimpft, was da für eine Hass-Tierade dann kommt und sowas, ne? Das kann auch mal ganz schnell Karriere zerstören und sowas. Irgendwann ist rausgekommen, okay, war Fake und sowas. Und da muss, und wie viel Hate alleine diese Person damals bekommen hat, ne? Wenn man das mal so weiß. Es ist einfach, weil sich jeder dann versucht einzumischen. Natürlich ist es ein kontroverses Thema. Ich verstehe auch jeden, äh, der sich da seine Gedanken macht und sowas. Sowas gehört sich einfach nicht. Egal, ob das jetzt eine Frau beim Mann ist oder ein Mann beim Frau. Sowas gehört sich einfach nicht. Aber man muss halt da auch immer dazu sagen, ey, erstens ist es noch nicht mal bewiesen. Und zweitens müsst ihr das im Internet so weiterhin kundtun, ne? Ihr wisst gar nicht, was ihr den Leuten so ein bisschen dahinter antut. Oder in was für einer Gefühlslage so eine Person ist und sowas. Ich glaube, der hat jetzt vor kurzem alles gesagt, dass er damals sogar Selbstmordversuche oder Selbstmordgedanken hatte und sowas. Und das spielt natürlich bei vielen Leuten dann einfach mit, ne? Und solange das nicht bewiesen ist, muss man da immer ganz, ganz, oder es ist ganz, ganz dünnes Eis, dann Leute auch online irgendwie zu beleidigen oder Leute hier für irgendwas verantwortlich zu machen, ne? Das mit diesen narzisstischen Dingern, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kenne den Fall nicht, ne? Also ich habe da, wie gesagt, überhaupt nichts komischerweise mitbekommen. Wundert mich extrem, dass du das mitbekommen hast und ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, du bist mehr in dieser Streamer-Szene, glaube ich, dann eher drin, oder? Ja, manchmal zumindest, ne? Jetzt im Urlaub hatte ich natürlich auf dem Flug auch so ein bisschen Zeit und habe meine Zeit so ein bisschen auch verdaddelt, weil ich hatte keinen Bock stellenweise, wenn ich dann mal so ein bisschen Space hatte, mich hinzusetzen, programmieren, Chartanalysen. War ja auch Urlaub. Und dann habe ich halt so ein bisschen Zeit auf TikTok und Instagram und Twitch, YouTube durch auch mal verbracht in der Abendregion. Dadurch habe ich das wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr mitbekommen. Und wie gesagt, deswegen, du hast ein wunderschönes Beispiel mit dem Rapper geliefert. So Vergewaltigungsvorwürfe, die sich dann am Ende nicht als wahr herausstellen. Wie die Community so einem Menschen zerreißt, der ihm so Sachen vorgeworfen werden. Boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Vor allen Dingen, wenn du in so einer Größe bist. und es ist für mich absolut nachvollziehbar, dass diese Person dann auch Selbstmord, Selbstverletzungsgedanken hat. Weil du weißt einfach nicht weiter. Du hast einfach nichts getan. Und die ganzen Menschen zerreißen dich bis zum Gehtnichtmehr, was dadurch für ein emotionaler Schaden einfach entsteht. Und die Frau dann am Ende, oh ja. Die sollte dafür aus meiner Sicht absolut in den Knast gehen für so Vorwürfe. Ja, natürlich. Aber heutzutage ist es halt mit generell Social Media, jeder kann jeden einfach beleidigen. Ob das jetzt solche Vorwürfe sind, mal als anderes Beispiel, Palästina werden teilweise auch Leute aufs Übelste beleidigt, weil sie sich nicht pro oder kontra Palästina hier outen. Das sind alle so Sachen, keiner hat seinen Senf dazu abzugeben, so weißt du. Das schadet halt den Leuten halt einfach nur. Dieser Hate, das wird von Jahr zu Jahr immer, immer schlimmer. Und die Statistiken beweisen das ja auch. Also dass vor allem Beleidigungen oder Mobbing, man kann es ja eigentlich schon fast Mobbing nennen in Social Media, immer, immer größer wird. Und vor allem, wenn sich da noch irgendwelche anderen Influencer dann zusammenschließen und dann zusätzlich noch darauf eintreten, Alter, da in so einer Situation möchte ich niemals drin stecken. Das ist auch ein Grund, warum ich auf jeden Fall nicht mein Leben lang YouTube machen werde. Weil es zerrt teilweise schon an den Nerven. Auch wenn du nur mal einen Hasskommentar kriegst oder irgendwelche dummen Kommentare, damit musst du erst mal klarkommen. Ja, oder wenn Leute schreiben, deine Analyse ist scheiße, was verzapfst du da so für ein Bullshit? Natürlich macht das so ein bisschen was mit einem. Wir sind auch keine Menschen aus Stahl. Wir sind nicht absolut emotional. Halt, wir haben ein Gewissen und so Dinge tun uns dann auch weh und können einen auch mal so ein bisschen verunsichern. Wenn, guckt einfach. Es geht nicht darum, dass ihr sowas nicht schreibt, sondern wie ihr es schreibt. Dann geht einfach hin und schreibt, ey, ich gehe mit deiner Analyse nicht ganz mit. Ich würde das eher so und so machen. Des und deswegen vielleicht. Dann generiert man auch so einen wunderschönen Austausch miteinander. Man baut einfach eine Community auf, um sich auszutauschen. Man gibt dem anderen Inspiration. Man kommt zurück. Ey, die Idee ist auch gar nicht verkehrt im Elliot-Wellen-Bereich. Finde ich, ist aber auch ein geiler Elliot-Wellen-Count. Dann kommst du auf neue Ideen, anstatt einfach zu schreien, deine Analyse ist scheiße, wir befinden uns in der und der Situation. Konstruktive Kritik. Schreib es einfach konstruktiv. Das ist doch das, was in der Schule früher gelernt wurde. Auch wenn ich kein Fan vom Schulsystem bin. Wenn ihr Vorträge gehalten habt, eine positive Sache sagen und dann konstruktive Kritik. Es wurde euch allen beigebracht. Ihr habt alle in der Schule darüber immer so ein bisschen gelacht. Zumindest bei uns in den Klassen war es so. Aber das sind die Dinge, die im Leben wirklich wichtig sind. Da draußen steckt ein Mensch, der macht sich zum einen Arbeit, natürlich um selber sein Business aufzubauen, um sich zu einem gewissen Maß selber zu bereichern. Aber zahlt demgegenüber auch Respekt. Der bietet Unterhaltungsplattformen für euch. Der bietet, wir bieten ein bisschen Entwicklungspotenzial für euch. Wir bieten Weiterentwicklung im finanziellen Bereich für euch. Auch wenn wir keine Ausbildung in diesem Bereich genossen haben. Haben alles selber beigebracht. Und wenn euch gewisse Dinge nicht gefallen, wir sind im Grunde wie Supermärkte. Wenn euch was nicht gefällt, was wir machen, übernehmt es nicht. Gefällt euch etwas, packt es in euren Wagen und nehmt es mit. Und wenn ihr dann auch noch was Schönes schreibt, ey, guck mal so und so, das ist vielleicht ein bisschen smarter. Das ist dann im Grunde die Bezahlung, die wir für die Sachen bekommen. Wenn jemand dann konstruktiven Input nochmal so ein bisschen reinliefert. Von daher achtet einfach so ein bisschen darauf, was und wie ihr das Ganze kommentiert. Und nicht nur im Internet, sondern natürlich auch in der realen Welt da draußen. Mobbing und Cybermobbing ist enorm, enorm schlimm. Und ich möchte niemandem was unterstellen. Allerdings scherzt sich die Influencer-Szene insgesamt auch so ein, dass wenn sie die Möglichkeit haben, ein, zwei Influencer abzuschießen, dann schießen die die ab. Einfach um das Konkurrenzleben da draußen so ein bisschen kleiner zu machen. So, ey, ich hab vier, fünf schlechte Erfahrungen mit den Leuten, die machen, oh ja, komm, hacken wir auch mal drauf rum, ja. Sägen wir denen am Ende mal ab. Das ist nicht einfach schön. Wartet am Ende, bis Beweise da sind. Das ist, glaube ich, nicht nur Influencer. Ich glaube, das kann auch privat öfters mal so sein, dass du versuchst, Konkurrenz auszuschalten oder sonstig irgendwas oder andere Leute schlecht zu reden oder sowas und sonst irgendwie. Ja, um dich selber zu profilieren, das eigene Ego so ein bisschen pushen. Das sind Dinge, mit denen man aus meiner Sicht einfach vorsichtig sein sollte. Hat jetzt aber nichts mit toxisch oder narzisstisch oder sowas zu tun, weil das ist ein nochmal komplett anderes Next Level, finde ich, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn du narzisstisch veranlagt bist oder sowas, dann checkst du meiner Meinung nach sowieso nicht, wenn du irgendwas falsch machst. Eben, und dann muss man diesen Menschen, klar, es sind definitiv verschiedene Level. Es sind natürlich Extrembereiche. Nur dann musst du doch gucken, dass du diesen Menschen auch so ein bisschen hilfst, dass sie vielleicht in Therapie gehen. Vielleicht hochtet es bei gewissen Sachen auch einfach nicht. Klar, dann kannst du nichts machen. Aber wenn ihr das doch merkt, warum haltet ihr denn dann etwas fest, was euch wehtut? Gut, dann lasst es einfach los, verfolgt es nicht, verbringt mit diesen Menschen keine Zeit. Wünscht diesen Menschen alles Gute, geht für euch da mit einem sauberen, reinen Herzen raus und macht euer Ding. Auch wenn es einfach schwer ist, aber dann muss zu einem gewissen Maß für euch dann auch einfach die Grenze gezogen werden, dass ihr euren Weg geht, ja? Übernehmt dann die Verantwortung für euer eigenes Wohlbefinden, packt eure Sachen und geht. Ich glaube, das ist einfacher gesagt als getan. Vor allem, wenn du in so einer emotionalen Abhängigkeit bist. Aber ich bin da voll bei dir. Theoretisch, wenn es dir nicht gut tut, verpiss dich. Das gilt für alles. Alles, was dir nicht gut tut, versuche es aus deinem Leben auszumerzen. Also auszumerzen klingt jetzt wirklich hart, ne? Aber es ist halt einfach so. Ja, und natürlich ist es hart, in so einer emotionalen Abhängigkeit zu gucken, dass man da dann irgendwie rauskommt. Natürlich ist das, dass das nicht einfach ist. Auch mit anderen Leuten über sowas zu sprechen, weil man sich dafür schämt. Nur man muss so ein bisschen, finde ich, Verantwortung auch für sich selber übernehmen. Und es ist definitiv schwer. Und ich mache keinen Menschen an der Stelle auch vor. Bist du selber schuld, dass dir das in diesem Moment passiert ist? Also nein, die andere Person ist dann Täter, Täterin, Täter, etwas, keine Ahnung. Ja. Ja, selber schuld. Also sowas braucht man sich eigentlich bis zu einem gewissen Maß gar nicht einreden. Dass man da selber schuld ist. Man kommt ja oder man kommt ja irgendwie in so eine Situation, so weißt du. Aber man muss halt dann auch, wie du sagst, darüber sprechen. Kann ich ja bestes Beispiel damals mit meinem Burnout sagen, der damals nicht drüber gesprochen hat und sowas. Es ist einfacher gesagt als getan. Aber deswegen versuchen wir euch ja auch da draußen vielleicht immer mal so einen kleinen Anhaltspunkt zu geben. Vielleicht geht es manchen Leuten so. Vielleicht befinden sich auch manche Leute gerade in so einer Beziehung oder in so einer, in Anführungszeichen, Verfassung, was ja nichts Negatives ist, wo wir euch dann vielleicht auch so einen kleinen Denkanschluss geben können. Hey, ihr könnt möglicherweise aus unseren Fehlern lernen oder aus anderen Fehlern lernen. Und reflektiert dann euer eigenes Leben so ein bisschen und sagt dann, hey, okay, mir geht es jetzt gerade so, was die jetzt da gesagt haben. Vielleicht bringen wir da auch ein paar Leute dazu, offener zu kommunizieren. Aber redet mit anderen Leuten einfach darüber. Das ist extrem wichtig. Also ihr müsst es nicht mit euch selber auskämpfen. Ihr habt Freunde, ihr habt Familie. Redet mit denen. Ja, von meiner Seite ist es auch gewesen. Ich denke, ich habe eine ganze, ganze Menge dazu gesagt und mehr habe ich dazu auch nicht. Ich würde mich ansonsten nur wiederholen. Finde ich sehr wichtiges und schwieriges Thema. Also schwieriges auf jeden Fall. Und ich finde auch so ein Thema, was zwar immer mehr thematisiert wird, aber immer noch zu wenig. Vor allem dieses Thema Cybermobbing, Cybermobbing kann man schon dazu sagen, Mobbing generell oder Fertigmachen von anderen. Vor allem in dieser Influencer-Branche. Das ist nicht immer alles so schön, wie es da glänzt oder wie es zumindest den Anschein macht. Aber die Leute haben sich für dieses Leben entschieden. Wir haben uns für dieses Leben in Anführungszeichen entschieden. Aber trotzdem sollte man immer auch mal so ein bisschen seine Privatsphäre bedeckt halten. Und alles, was man so auch im Privaten macht, kann auch dann in die Öffentlichkeit rauskommen. Manchmal vielleicht positiv, manchmal auch negativ und sowas. Aber denkt danach, bevor ihr irgendwelche dummen Kommentare oder so unter Videos oder sowas schreibt. Konstruktive Kritik kann jeder gerne machen. Aber wirklich konstruktive Kritik und nicht irgendwelche beleidigen oder was weiß ich was beleidigen. Das geht überhaupt nicht. Damit schadet ihr der Person nur noch mehr. Beziehungsweise wisst ihr auch nicht, wie die Person, nur weil wir im Podcast hier freundlich happy oder in Videos freundlich happy sind. Ihr wisst nicht, was hinter der Person steckt. Ihr wisst nicht, was die Person vielleicht da noch ein bisschen für Probleme hat. Die natürlich nichts auf YouTube zu verloren haben möglicherweise, wenn wir hier Krypto-Content machen. Und dann jetzt plötzlich noch über unsere Liebesbeziehungen und sonst irgendwas reden würden. Also wäre mir auch ein bisschen too much einfach. Aber nur weil ihr die Person jetzt aus einem Video kennt, kennt ihr die Person dahinter nicht. Ganz, ganz wichtig. Und damit dürfte ich jetzt auch alles gesagt haben, denke ich jetzt einfach mal. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Lasst bitte überall ein Like da. Abonniert unsere Kanäle auf YouTube, natürlich auch Spotify, Apple Podcasts, alles Mögliche. Gebt uns ein bisschen Push. Und ja, ansonsten würde ich trotzdem sagen, hast du noch einmal das letzte Wort. Ja, von meiner Seite ist es das auch gewesen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir darüber sehr stark einer Meinung sind und dass wir darüber auch so offen und ehrlich reden können. Und von meiner Seite, Leute, immer freundlich bleiben. Liebe, Respekt verteilen da draußen. Das Ganze ist ja miteinander, kein gegeneinander. Aber egal, in welcher Position wir sind, ob ihr eine Bäckerei habt, nebenan macht ihr den Schwachkopf, eine Bäckerei auf. Ist da noch ein Miteinander, guckt, dass ihr euch irgendwie ein, nicht in die Haare bekommt. An der Stelle wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Boing Flip. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.